St. Louis? Ich glaube, ist es Missouli? Missouli, ja, ja, ist richtig. Der Kuppel von mir war tatsächlich auch irgendwie bei St. Louis. Den treffe ich auch noch die Tage. Der wohnt wieder hier auf der Ecke, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Der war auf dem Tennis-College. Ach, geil. Hat da ein Tennis-Stipendium. War da auf dem College. Es machen ja viele, die diese Sportbasis haben. Ja, genau. Die guten, irgendwie krass was sind, gehen die in die USA. Ich glaube, du hast ja auch die besseren Chancen einfach. Ja, ultra. Und dann kriegst du ein Stipendium, bewirbst dich drauf, kriegst du ein Stipendium. Und kannst in den USA studieren. Musst dich dazu dann aber verpflichten, dass du ein paar Leute dann in dem Sport auseinander bist. Ja, ja, genau. Und das hat er gemacht, hat aufentspannt studiert. Und ich hoffe, ich outcall dich nicht zu doll. Nico, liebe Grüße, falls du das hörst. Ich weiß doch, damals saß wir, da saß man neben mir in der Schule. Ja, ja. Und der hat ein beschissenes Englisch gesprochen. Also wirklich schlimm. Wirklich schlimm. So, und dann habe ich den irgendwann, das war zu der Zeit, wo ich in Stuttgart gelebt habe, habe ich den mit seiner amerikanischen Freundin, die jetzt auch hier wohnt, die sind zusammen wieder zurück nach Deutschland, habe ich ihn nach Hamburg Hauptbahnhof getroffen. Ja. So, und dann waren die auch auf dem Weg nach Lübeck. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, wenn die amerikanische Freundin dabei ist, die lernt gerade Deutsch, aber die ist doch nicht so fit, unterhalten wir uns auf Englisch. Ja, ja. Und der Typ spricht auf einmal fließend Englisch. Ja, natürlich. Und ich dachte mir, was ist das denn? Weil der war drei Jahre drüben. Ja, ja, deswegen. War das für dich auch ein krasser Unterschied? Also, ich meine, wie war dein Englisch, bevor du da hingegangen bist? Also, mein Englisch war so, dass sie mir halt bei diesem Programm gesagt haben, es wäre ganz gut, wenn du nochmal einen Englischkurs machst. Ehrlich? Ja, ja, doch. Also, das war halt okay, aber ich sage es dir ganz ehrlich, das Englisch war so, dass die Amis sagen, ich finde, du sprichst ganz gut, aber die Deutschen sagen, boah, das ist schon schlecht, so ist das. Aber es ist bei uns, ich glaube, wenn du so einen krassen deutschen Akzent hast, neigst du immer zu diesem Arnold Schwarzenegger-Englisch, weißt du? Aber ich glaube, die Deutschen sind da strenger als, die Amis wundern sich. Das ist sowieso das Ding, das wäre mir mal aufgefallen, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß das so zu meinen Twitch-Zeiten, wenn ich mal irgendwie was Englisches oder irgendwie Englisch gesprochen habe, ich meine, gut, sowieso meine Bubble benutzt Arsch viele Anglizismen, aber wenn wir wirklich uns ernsthaft hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wir sprechen jetzt bei Englisch, ich habe mal damals zu Animal Crossing-Zeiten einen amerikanischen Streamer aus New York kennengelernt, den habe ich dann auch getroffen, als ich da war, richtig geil und da haben wir mal gesagt, ey, wir machen einen Streamer zusammen und ich muss dann auf Englisch streamen und da hast du halt diese ganzen Typen immer im Chat, die da zu sagen, äh, dein Englisch Omega Lull und so, wo ich mir halt sage, Bruder, du sprichst selber wahrscheinlich nicht so geiles Englisch, so, aber Hauptsache man kommt irgendwie durch und mit Händen und Füßen, funktioniert das auch. Ich glaube, mein Englisch ist von der Basis her auch solide, ich bin damit auf jeden Fall sauber durchgekommen, manchmal musst du dir, musst du mal ein bisschen überlegen so, aber auch über die Zeit, die ich in den USA war, ich war ja einen Monat da, ich wehe, ich kriege irgendwelche Kommentare zu den USA-Vlogs, die kommen nicht mehr, lass mir in Ruhe damit und mit der Zeit, wo du dich dann quasi dem anpasst, gut, in den Südstaaten warst du ein bisschen heikel, weil du hast die teilweise nicht verstanden. Ja, echt, krass. Boah, ich fand sie in Texas teilweise. Echt, ist das so ein krasser Akzent? Ich fand das wild, ich fand das echt wild. Echt, ja? Ja, ja, ja. Aber dann, es war eigentlich geil. Was, ich weiß nicht, wie bist du in den USA sonst rumgekommen? Warst du nur die ganze Zeit St. Louis oder seid doch mal ein bisschen rumgekommen? Nee, wir waren auch, wir waren Texas nicht, aber Georgia da die Ecke, Albany, da waren wir, wir waren Florida, Chicago. Boah, Chicago ist geil, ne? Also, genau, wir sind schon ein bisschen rumgekommen, also so andere haben halt so Trips zusammen gemacht, sich getroffen, aber ich habe echt nur mit meiner Gastfamilie gechillt, weil so, guck mal, die waren, guck mal, ich war 24, die waren nur knapp zehn Jahre älter, so. Ach so, okay. Ja, die waren nicht so viel älter, also das ging eigentlich voll so, ne? Also, wir haben eigentlich einen richtig guten Draht zueinander gehabt, ähm, die ganze Family war einfach geil und wir haben viel gemacht, also wir haben echt viel, weil die Amis sind ja so, da fährst du auch abends einfach mal so zum Restaurant essen, so. Also, das machst du in Deutschland irgendwie selten, ähm, da fährst du schon mal was essen oder auch einfach mal Samstag, ähm, gehst du einfach mal zum Baseballspiel und dann nimmst du mal was und gammelst da irgendwie für ein paar Stündchen beim Sport, so. Ja, ist auch, ist auch geil. Ist ganz geil, ja. In Toronto gesehen, da war, ähm, da sind die, wie hießen die jetzt? Blue Jays, Toronto Blue Jays, ich glaube, die spielen auch in dieser MBL, MLB, ich weiß nicht, wie die Liga heißt. Äh, ich hab's letztes Mal, ähm, Baseball League, MBL, glaube ich, Major Baseball League. Ja, ja, genau, genau, genau. Und die haben so, wir hatten so ein Airbnb direkt in diesem CN Tower, an diesem Hauptplatz und da konntest du, wir hatten relativ hohe, also hohe Stockwerk und dann war so an einem Wochenende so ein Spiel von den Blue Jays und die haben das Stadion dann so offen, Hochsommer und du konntest dann so von oben so reingucken. Boah, ist geil. Das sah richtig, richtig abgefahren aus. Ich weiß nicht, was, was spielt in St. Louis? Äh, Cardinals. Aber ich find Baseball scheiße langweilig. Also. Ich hab, ich hab nie Baseball angeguckt, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie. Ich denke, ist doch so wie Brennball-mäßig, oder? Ja, genau, genau. Also, ich find's, ich hab's jetzt auch stechen lassen, dass das Ice-Hockey-Logo, also von den Blues und von den Cardinals, aber das steht für mich nicht für den Sport, sondern einfach für, für diese Änderung. Weißt du, ich find auch so diese Logos, die sind irgendwie geil. Ich mag das so. Ich find das auch viel geil. Ich find das auch geiler, an diesem amerikanischen Sportling, dass sie so Tiernamen haben. Ja, das find ich auch cool. Oder irgendwelche anderen, was halt einfach geil klingt, so, was weiß ich, äh, Atlanta Hawks, Digga. Ja, das klingt irgendwie geil. Das klingt auch einfach geil, oder, 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 ähm, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, so die ganzen American, ich guck ja so ein bisschen American Football. Ja. Aber ich find das so viel geiler. In Deutschland haben wir immer so, ja, FC Bayern. Ja, aber, ja, aber gut, ich glaub, manche probieren das auch, aber ich find halt so, weiß ich nicht, was gibt's denn, äh, gibt's nicht irgendwie die Blue Devils oder so? Blue Devils? Es ist, äh, das ist dann, das hast du in dieser, dieser ELF, in der europäischen, die jetzt richtig neu gegründet wurde, beziehungsweise es gab ja noch eine NFL Europe. Und da gab's die Hamburg Sea Devils. Ah, okay, ja. Es gibt Hamburg Sea Devils, ich glaub, die haben noch, ähm, boah, Rheinfire gibt's noch, es gibt noch, äh, aus, 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 Warschau, Warschau Panthers gibt's noch. Aber es hört sich auch geil an, finde ich. Voll, ich find das mega, ich find das ultra geil. Es gibt Leipzig Kings und in Stuttgart, warte mal, das war zu der Stuttgart-Zeit, weil da waren voll viele, ich war in so einem Tattoo-Studio, äh, da viel mit denen gearbeitet. Da war so, da waren hin und wieder auch irgendwie so Spieler oder, oder irgendwelche Mitarbeiter von, oh, die hießen, ich glaub, Hamburg, äh, nee, Hamburg, Stuttgart, Stuttgart-Search oder irgendwie so ein Scheiß. Ah, okay. Auch, äh, also war irgendwie, war irgendwie voll abgefahren, aber da wurde gerade erst gegründet. Ja, ja. Nee, aber das find ich viel geiler, ich find das viel geiler, wenn das so richtig, richtig drinnen wär in der Kultur. Ja, es ist so ein bisschen, es wird aber auch, das funktioniert aber auch wirklich nur da, also du kannst das nicht so her, äh, ummünzen, einfach nach, 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 das ist auch ein ganz anderer Kult. Ja, ja, genau. Was ich auch geil finde, ist, dass sie das, dieses System mit diesen Universitäten haben. Ja. So, dass du, du studierst, du gehst ja hin einfach. Genau, genau. Und das hält ja auch die Liga übel fair, weil die neuen Spieler, die reinkommen, kommen von den Colleges. Ja. Und werden je nachdem, hast du einen wichtigen Spieler abgegeben, äh, hast du wie viele Punkte hast du die Saison gemacht und der, der quasi schlechtesten dasteht, kriegt dann als Erster den neuen Spieler oder Zugriff auf die neuen Spieler oder darf die so unter Vertrag nehmen und das hält die Liga so fair und es gibt immer irgendwie neuen Gewinner, es sei denn, es haben sich irgendwelche Kader so etabliert, wie jetzt beispielsweise, gibt's ja, gibt's ja einzeln, so Kansas City Chiefs, Patriots zu ihrer, zu ihrer Prime-Zeit, so, aber das hast du halt, in Deutschland hast du es dann halt so, dass seit zehn Jahren FC Bayern Meister wird, ne, und dann macht das auch irgendwie keinen Bock. Ja. Das ist schon geil. Es ist, ja, aber ich glaube einfach Sport, also Fußball ist, glaube ich, an sich, ist nicht, glaube ich, Fußball sogar der größte Sport irgendwie. Der größte Sport der Welt, ja. Ja, genau. Ich hab letztes Mal, da gibt's so ein, äh, gibt's so ein, äh, ich seh den immer auf TikTok, The Makeshift Project, das sind so zwei Dudes und die, äh, die machen immer so Rankings und die haben auch so ein Ranking mit den Sportarten gemacht und da war Fußball und danach kam, glaube ich, hier Cricket? Ja, in Indien. Das ist Platz zwei der Welt, ne? Ist riesig, ist riesig. Auch hier, guck mal, Rugby, Alter. Rugby ist ja Australien, Neuseeland. Ja, stimmt. Das war immer irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, müsste ich nochmal nachschauen oder im Zweifel muss mal einer Bezug drauf nehmen, der da irgendwie im Ding drin ist, es gab mal irgendwie Olympische Spiele und diese ganzen so, äh, Ozeanien, Polynesien und die ganzen, diese ganzen kleinen Inseln, die sind alle voll krass in Rugby. Das ist krass. So, da hat man Fiji-Insel Gold bei Olympia gewonnen. Das hat man aber nicht so auf dem, auf dem Schirm, find ich. Ich find das ohne abgefahren, weil das ist so, das ist eigentlich so, sind eigentlich so Länder, die du nie irgendwo, die nie irgendwie eine Rolle spielen. Die sind da irgendwo auf ihrem Pazifik unterwegs und machen ihr Ding. So, aber dann rasten die in Rugby voll aus und nehmen alles auseinander. Auch Neuseeland, Rugby übel krass. Ja, ja, Neuseeland, ja, ja, deswegen, also das läppert sich dann irgendwie und das hat man gar nicht so, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaub insgesamt in Amerika ist einfach so diese, äh, diese Ansammlung an verschiedenen Sportarten ist einfach natürlich mit am größten. Auch am, ich find die Sportkultur ist in Amerika cooler, muss ich ehrlich sagen. Ist auch so, ist auch so. Ist cooler irgendwie. Ist erstmal völlig abgefahren, sehr kommerzialisiert, aber ist irgendwie geiler. Aber ich find's auch geil, ich mag auch dieses, äh, so am, selbst am Community College, diese Shirts und so, ich mag das. Das ist geil, ne? Ich fühl das irgendwie voll. Das hat so ein, ja, so ein Community-Feeling, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Zugehörigkeit, aber ich find das gar nicht, ich find das cool, das ist so alles freiwillig, aber dass man irgendwie so eine, so, dass du an so einer Schule so eine Gemeinsamkeit hast, für die man, die alle irgendwie feiern und supporten. Ja, finde ich, genau. Und man fühlt sich dann so zugehörig zu einer Sache. Und das hat ja auch überhaupt nichts Politisches oder so, sondern es ist einfach, es geht um den Sport und das ist cool. Genau. So, und es ist auch gar nicht irgendwie verkehrt, sich irgendwie so einer Sache hinzugeben und das ist ja auch, wer Bock hat, der macht da mit, wer nicht, der lässt das bleiben. Genau, aber ich mag das irgendwie. Ich glaub, das hat aber auch nur so einen, so einen, ich weiß nicht, so einen magischen Touch. Natürlich, redet man sich das alles schön in Amerika, ist natürlich auch viel Kacke so. Viel, ja, ja, safe. Ist auch viel Kacke, aber ich mag einfach dieses, dieses romantisierte Denken da irgendwie aufzuwachsen in Amerika. Ich mag das irgendwie gerne, so wenn ich, boah, ich, jedes Mal, ich hab so mir meine Timeline auf TikTok so ein bisschen versaut. Ich krieg so, 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 es gibt da auf TikTok diese ganzen Swipe-Bilder so mit Mucke und dann kannst du so swipen und dann hab ich mir das so versaut, ich hab mir von, oh, Kyle Dixon hier von Stranger Things, dieses Kids. Ja. Kennst du den Song? Ja, klar. Ich lieb den wirklich, ich würd, ich lieb diesen Song und dann gibt's einfach so eine Ansammlung von so amerikanischen Vorstadtbildern und so. Das sieht so geil aus. Ich würd gerne 16 sein und da nochmal irgendwie aufwachsen. Das sieht so geil aus. Wär das für dich die Option, in die USA zu ziehen oder da zu wohnen? Ich glaub, nee, also das wär so, das ist dumm, das wär dumm, das zu machen. Also, das wär einfach, ich wüsste nicht warum, wenn ich da hinziehen würde und ich würd da irgendwie, ne, mit meiner Freundin hinziehen und dann eine Familie gründen, das ist irgendwie dumm, das ist so unsicher alles. Ja. Ist einfach irgendwie nicht so verantwortungsvoll, irgendwie, keine Ahnung, fühl ich nicht so. Nee, seh ich ähnlich, seh ich ähnlich, weil man hat früher so als Kind denkt man sich so. Ja, ja, voll. Aber ich glaube, das haben, da hab ich nämlich mit so Studenten aus den USA auch drum gequatscht, so wie wir hier in Europa oder in, vielleicht auch Westeuropa, so, USA, so als das gelobte Land hochkult, das ist alles geil, das ist alles cool und kein Schwein von uns war jemals da. Ja, ja, genau. So, äh, so machen die das, glaub ich, genauso in den USA über Europa. Ja, genau, genau. Oh, Alter, wir müssen nach Europa, weil in Europa geht voll die Scheiße ab. Ja, genau, genau. Und ich glaub, äh, gut, mittlerweile hat das, ich hab das Gefühl, so in den letzten Jahren ist es sehr umgeschwungen, dass man auch sagt so, boah, Japan, Japan ist so voll das Ding. Stimmt, stimmt. So, wir müssen alle unbedingt nach Japan. Auch größter Quatsch, die ich immer höre, ist so, oder, also, ich weiß nicht, ob Quatsch ist, aber ich will da jetzt auch niemandem was reinreden, aber dieses, äh, oh, ich wär so gern in Japan aufgewachsen. Ja. Und wenn du dich so ein bisschen beliest über Japan, wie es so gesellschaftlich ist, ist bestimmt sehr spannend, auch kulturell sehr interessant, aber das ist auch voll die Druckgesellschaft. Ich glaub, es ist richtig abfuckt teilweise. Ja, es ist schon. Also, ich würde da nicht, ich würde da nicht aufwachsen wollen. Ich glaub, einem geht's schon, also, man beschwert sich so, aber ich glaub, es ist schon, äh, schon irgendwie ganz geil. Geil, also, es sagt man immer so dumm, äh, aber ist irgendwie doch ganz geil, aber ich weiß nicht, ich hab da aber, natürlich denkt man so über Auswandern nach, aber ob ich da irgendwo den Mut zu hab, es ist ja auch immer so ein bisschen, ich will ja nicht alleine umziehen, ich will ja meinen Bruder und meine Freundin mitnehmen. Fühle ich komplett. Also, es geht ja nicht so, ne? Alle anderen könnte ich irgendwie besuchen, ähm, aber mein Bruder, seine Freundin, meine Freundin, die, äh, irgendwie müssten wir alle zusammen dann irgendwo hinziehen, dass irgendwie alle glücklich sind, ne? Und das ist so, ja, das ist nicht immer so einfach, einfach so, ne? Wenn ich zum Beispiel an damals zurückdenke, wo das losging mit, wo Simon ausgewandert ist. Joiche successor ist das selline普oriented, mit dem Präaney. Okay. Spannungsgel competing. Ich bin eh nicht unter Af camar угadert. Ich bin der, indem ich da Hornsche lions schon mal, äh. Und jetzt liuks revoltiert, Na das Wort nehmen wir schießen, bei der Be Gallin ist ein glücklicheser Stein in das Herz glücklich machen. Ich bin glücklich, aber das ist Fähig willkommen. Vielen Dank.